Norddeutscher Rundfunk Doktorspiel Andi? Alter, in dem Film sieht es so einfach aus, sich ein Mädchen klarzumachen. Ja, dass du das nicht kannst, haben wir schon oft gemerkt. Hey! Hey! Digga, das ist schon gefühlte 10 Jahre her. Aber ey, lass mal den Film gehen. Warte mal, gibt's da Popcorn? Na klar! Ja, wenn nix wie los, Mann? Los geht's! Jungs, könnt ihr mir das erklären? Sind das etwa Pornos? Nein, das sind Tierfilme. Guck, da ist der Hals von dem Pferd. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Das gibt 3 Wochen Hausarrest. Aber der Film! Um noch mehr Tierfilme zu gucken? Ha! Vergess es! Ey, weißt du was? Lass einfach trotzdem in den Film gehen. Scheiß mal auf den alten. Ja, toll. Und dir bitteschön? Überlass das einfach mir, okay? Roman! Ich glaub, die Idee war nicht so gut mit dem runterhängen. Ah, du Pussy! Die 4 Meter schaffst du auch noch! Ah! Ey Digga, der Film geht gleich los. Frag den Typ vor dir mal nach der Zeit. Können sie mir sagen, wie... Das hier geht... Krass! Was macht ihr denn hier? Na um Doktorspiele zu schauen! Euren Film! Aber kannst du uns vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man... Naja, du weißt schon, dass die Frauen mich mögen. Naja, ich sag mal so, ihr müsst immer ihr selbst sein und Humor ist auch nicht schlecht. Und? Und, naja, Harry aus Doktorspiele würde sagen, wer ficken will, muss freundlich sein. Na, guck dir lieber den Film an. Naja... Am besten Tierfilme. Ja! Tierfilme? Naja, eigentlich dürfen wir gar nicht hier sein, weil unser Vater eine Sammlung... Pornos. Pornos. Pornos gefunden hat. Naja, ich meine, viele Tierfilme haben ja auch ganz lustige Namen. Ey, da fällt mir gerade ein. Lass mal eine Runde Porno... Äh, ich meine Tierfilm-Bingo spielen. Ja, da bin ich dabei. Ich auch. Ich auch. Du spielst ja auch einen Film mit. Ja? Komm, los geht's. Lass uns keine Zeit mehr verlieren. Okay, los geht's! Okay, wir lesen uns jetzt gegenseitig Pornotierfilm-Titel vor. Genau, und wer zuerst noch hat verloren. Okay, los geht's. Oh, äh, ja, los geht's. Also, wir dürfen nicht lachen. Porn-Wars. Periode 6. Die Rückkehr der Analritter. Alarm im Darm. Mobi, f*** im Arsch des Pornmanns. Okay, Leute. Ihr habt zwar gerade beide schon gelacht, aber ich würde sagen, der, der zuerst dreimal gelacht hat, hat verloren. Okay? Macht ihr mit? Okay. Ja, ich lag ab jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, du bist dran. Die Fäkalschlacht am *** Schacht. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Hä? Das ist gar nicht so lustig. Ja, gelacht. Ja, gelacht, ihr habt verloren. Jetzt schon, bevor der Titel rauskam. The Gay After Tomorrow. Animal Farm. Jetzt f***en wir Tiere. Ey, diese Vorstellung. Scheiße, egal. Pornobläs zum Zapfenstreich. Die kenn ich, der ist ganz gut. Das Wunder im Bernd. Das Wunder im Bernd. Wir haben alles verloren. Jungs, seid nicht traurig. In 5 Minuten fängt der Film an. Na los, jetzt wird es richtig lustig. Los geht's. Jau, wir hoffen das Video hat euch gefallen. Da oben geht es jetzt entweder weiter mit unserem letzten Video. Oder hier unten zum Trailer von der geilsten Komödie des Jahres. Doktorspiele. Und vergesst nicht das Video zu teilen. Wir sehen uns nächsten Lochisamstag mit einem neuen Video. Wir sind jetzt raus. Ihr wählt aus. Adios Amigos. Tschüss, tschau. Ja Leute, eine Sache haben wir noch vergessen. Und zwar haben wir von den beiden 3x2 Kino Freikarten für den Film bekommen. Das einzige, was ihr machen müsst, um die Tickets zu bekommen. Schreibt in die Kommentare, wieso ihr extra diese Tickets bekommen sollt. Wie auch immer. Und mit etwas Glück bekommt ihr die Tickets. Rrrrrr. Ha. 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 Ha.